Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Es gibt eine ganz frühe Zeit, als ich Fan war und den Dani ging hören. Das fängt dann eigentlich Mitte 90er Jahre in der Steiner Kilby an. Ich bin nicht jemand, der ihn gerade als Bubenkapelle schon gesehen hat, oder das ist mir auch noch nicht bewusst. Aber dann bist du nicht gerade ein Bub. Ich habe dann die Anfahrung der Huiesler miterlebt, was mir extrem gefallen hat. Als junge Frau. Und dann bin ich einfach zwischendurch zu hören und so richtig näher gekommen ist sie jetzt 14 Jahre. Ja, genau. Ziemlich nach meinem 30. Geburtstag. Was ich dort nicht gewusst habe, habe mir nach einem älteren geschenkt.